Guck mal, was da ist. Müsste ich hier? Ich seh jetzt aber nicht, wie ich da hochkomme. Ah, komm, ich geh mal hier rin gucke. Nur einen Helm, Scheiße. Sch-sch-sch-sch-sch-sch. Was ist denn das? Oh! Oh. Okay. Oh! Wo sind die denn jetzt herkommen? Hä? Was machen wir denn jetzt? Mal eine Blutflecke, guck ich mal kurz an. Okay. Oh, da ist eine Tür. Was hann ich denn jetzt? Grit? Was hann ich denn jetzt? Grit? Scheiße. Hann ich halt aufgepasst? Äh, 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 äh. Irgendein neues Schwert oder so, Grit? Scheiße. Jeder Schild gegen Feuer. Haben wir doch irgendwas? 60. Warte mal. Ich muss grad mal gucken. Ich glaub, dass... Das hier ist gegen Feuer, ne? Feuerabsolz. Feuerschein. 60. 60. 50. 65. 65. Guck mal. 65 hier. Oh! Wieder Scheiß gebaut. Wo ist denn jetzt das Ding? So, und dann machen wir hier... 65. Aha. Absorbiert bestimmt, du Wahnsinns-Dings. Soll ich jetzt wirklich dorthin? Da kommt man bestimmt ohne Schlüssel oder so drin. Oh, leck. Geschafft. Oh! Oh, ist da so was Schönes drin? Langschwertfeuer. Oh, das hört sich aber gut an. Mal gucken. Ungeschwertfeuer. Wollen wir's? Da. Macht alles weniger wie mein anderes. Schade. Aber okay. Vielleicht mal rausbauen. Gibt's hier noch mehr? Noch Gang auf der anderen Seite? Oh, das ist doch mal gut. So, dann ist jetzt nur hier noch die große Preisfrage hier oben. Ja, ich muss nochmal mein anderes Schild auspacken. Weil das hört sich dann doch die ganze Zeit erst da, ne? Ja. Mal gucken, wie das andere Schwert aussieht. Würde mich mal gerade interessieren. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da hab ich halt schon gepimpt, ne? So. 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 Das haben wir. Das haben wir. Da oben ist noch ein Bereich. Äh. Komm ich schon irgendwie hin? Mal. Mache ich das mal ganz klassisch und gucke von da oben. Wie geht's denn jetzt eigentlich noch weiter? Achso. Ich hab ja noch das eine Teil da. Müsse ich auch mal noch gucken gehen. Hier haben sich den Boss besiegt. Jetzt muss ich irgendwie weitergehen. Aber da hinten, das interessiert mich jetzt nur noch. Guck mal. Da kann man hin. Da ist, äh. Nur wie? Muss ich dort hin? Wie komm ich dort hin? Springe schaff ich nicht, ne? Ich kann doch da einfach hochlaufen, oder nicht? Da bin ich jetzt ganz doof. Ah, ne. Das ist in oberhalb ausgesehen, so. Scheiße. Guck mal. Hier ist so, so Zeusch. Hier muss doch irgendwie mal... Da rum. Passt mal auf. Wenn ich da... drauf käme. Ja. Probier kann man es ja machen. Hier runterrollen. So. Scheiße. Hier komme ich am Baum nicht vorbei, oder? Oh nein, nicht runterrutschen. Oh, fuck. Ah. Komm, wo geht es gerade mal nochmal? Es könnte was... Da oben liegt... Ich muss da oben hin. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Hier sieht es zwar aus, als... Moment mal. Moment mal. Moment mal. Machen wir es das Ganze mal nicht so kompliziert. Vielleicht kann ich da runterjumpen. Ich erkenne die Abgrenzungen hier nämlich so. Das sind die Steine. Ah, ich erkenne das irgendwie nicht. Ich muss mal die Rolllade zumachen. Vielleicht erkenne ich es dann besser. Blendet gerade bis hier. Gucken wir uns das Ganze mal nochmal an. Oh, fuck, ey. Nee. Ach komm, ey. Arschkopf. Ich bin mit dem Controller gegen den Tisch gestoßen. Ah, jetzt erkenne ich es schon besser. So. Na, ist klar, wie schon das funktioniert. Mal probieren es einfach mal nochmal. Oh, das klappt auf jeden Fall nicht, glaube ich. Komm an den Baum hier nicht vorbei. Der sieht doch aus, als würde der extra so stehen. Für mich den Weg zu versperren. Hier, da. Seht ihr? Da. Oh, nee. Dann ist, gibt es noch einen anderen Weg vielleicht. Ich probiere es gleich mal. Komm, ich probiere es noch einmal am Baum da oben. Das sieht so aus, als könnte ich da eventuell drüber rollen. Weil der Baum sieht so aus, als wäre der nämlich... Verliere ich zwar wieder Energie wahrscheinlich, aber scheiß drauf. Oh, ich habe es geschafft. Wie geil. Steht hier. Unmöglich. Was? Hä? Hurra, für sinnlos. Die Schwäsche rollen. Was ist jetzt los? Bin ich falsch, oder wat? Komme ich nicht hoch? Shit, ey. Shit. Hinten die Steine, oder was? Schaffe ich aber wahrscheinlich nicht, ne? Wartet mal. Hier müsste ich dann... Nee, da komme ich nicht vorbei so, ne? Nee. Nee, nee. Klappt nicht. Ich muss mal meinen Kopf behalten, dass es da noch was gibt. Jetzt aber nicht die Zeit verplempern und da unten die ich suche. Da hinten lädt ich auch noch was. Ah, nee, da ist ja das. So, dann kommen wir wahrscheinlich da hinten wieder zurück. Wo waren das jetzt noch hier? Scheiße, doch die Leiter. Mann, da nervt mich grad. Rennen. Sprint. Oh. Oh. So, jetzt mal ganz gechillt. Und dann gucken wir mal, was da oben noch los ist. Sieht ihr, da ist ein... Gang, da kommen wir bestimmt von hier irgendwie rund... Was ist denn das da für ein Plateau überhaupt, da oben? Ist das das nicht von dem... Halbdote da? Oh. Oh, lecker. Schleimt der mich mit seinem Scheiß die ganze Zeit zu. Hier ist auch noch ein Typ. So. Da gucken wir mal grad da oben noch mal. Das ist doch das Plateau, wo ich gekämpft hab. Nee. Nee, nee, wo der Boss kam, das ist das nicht. Das ist irgendwo anders da hier. Ja, okay, gut. Ich geh jetzt mal das andere Ding da mal noch gucken. Das ist das, was ich jetzt noch weiß. Äh. Ja, kann man eigentlich rasten. Hier ist ja auch noch was zu machen, ne? Und da ist ja auch noch der Depp. Der Feuerhammel da. Einfach runterspringen ist nicht, ne? Mal gucken, wie ich mal dorthin komme. Mal gucken, wie ich mal dorthin komme. So. Durchsuchen wir noch alles hier? Ah, da war ja noch was. Dahinter war jetzt nix mehr, ne? Mal alles mal nochmal abchecken. Dass ich alles nochmal im Kopf habe. Was steht hier? Hurra für Zunge. Ah, okay. Sauber. Dahinter bin ich herkommen. Oh, dann gab's das hier noch. Das mache ich überall. Guck dich mal an doch hier. Illusion aber Loch. Hä? Lügner. Scheinbarer Wand. Wie macht man das? Das so. Da steht das überall. Etwa verarscht. Die Leute oder ich? Hab doch. Mir fehlt was für die... Löcher zu sehen. Hier ist nix, ne? Ja, wie sehen ich diese Leute schon? Fuck ey. Ring wird benötigt. Ah, okay. Gut. Dann scheint hier mal nicht... Mal gucken, wie das mit dem Wendor funktioniert. Brauchen wir bestimmt irgendeinen Gegenstand wieder. So, aber ich gehe mal zuerst. Ich habe nämlich noch mehr Straps hintereinander abgestützt. Und da bin ich einfach mal nicht einfach oben noch ein bisschen in Matschula noch ein bisschen durchsucht. Und da habe ich nämlich noch was gefunden. Und das möchte ich jetzt nämlich anbringen. Och! Sauber die Hohre geschnit. Wie kann man hier in der Frecke? Wo kommen wir dann hier raus? Oh, cool. Och, Kiste. Oh, scheiße. Oh, fuck.